Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute hacken wir Druinen. Wir sind ja schon noch weg. Wir gehen zurück. Niemand hier. Glaubst du, dass das eine Falle ist? Sicherheit. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment, hörst du das? Kommen wir da lang? Geht der Aufzug nicht? Wann müssen wir denn jetzt wieder lang? Was sind wir eigentlich? Was sind wir eigentlich? Wir müssen unseren Bericht übermitteln. Beeil dich lieber, sonst wirst du nie... Da war ich doch schon. Gibt es hier eine Abkürzung, die wir nehmen können? Oder muss ich hier abzuschwimmen? Oder war der Ventilator die Abkürzung? ... ... ... ... Ah, der noch was. Willst du mal reinsehen? Ja, sehen wir es uns an. Ich dachte, ich hätte da rüberspringen müssen oder so. Durch das ganze Grau sieht man einfach nichts hier. Nein. Ich könnte sie sonst nicht sehen. Bist du bereit, etwas gerettet? Ja. Ich habe ihn im Blick. Das wirst du bereuen. Alles okay? Okay. Ja. 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 Da gibt es etwas Rügers. Sehr gerne. Die Welt brauchen. Ja. Oh, dass es gut geht. Wenn du nicht auf der Welt beherst. Was sind wir hier? Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangt, aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Okay... Danke, BD! Ich will zurück zu meinem Schuss. Längs runter... Er ist kalt. Achtung! Ich brauch Zerstärkung! Bleibt... Bleibt auf Distanz! Ab! Das können doch nicht alle tun! Fallen still! Hatten wir schon den zweiten Krieg bekommen? Ich werde die Orientierung hören. Nicht ganz! Oh, komm! Oh, komm! Da geht's aber wieder nach oben! Viele Leute, die Leute! Du bist mirчит! know, sind wir... ...undfie... ...undfie... với... ...undfie... 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 Der Jedi ist hier! Ich muss mich nur konzentrieren! Dann konzentrier dich mal, mein Freund. Bitte? Jetzt haben wir's auch mal. Für was geben wir den Punkt aus? Längeres Leben? Was ist das? Ja, auf jeden Fall Leben. Leben über sichert, äh, sichert unser Überleben. Ja, ja, wir müssen was. Sack. Und holen dich mal. Ja, ja. Ah ja, schießt genau. Ja, das ist er... Ja, war's. Ja, hab'seins. War's nicht so gut! War's nicht so gut? War's nicht so gut? War's nicht so gut? War's nicht so gut, sorry. War's nicht so gut. Was? Du musst dich schon mehr anstrengen. Was zur Hölle war das denn? Wieder erwachen? Oh nein. Wo lande ich jetzt? In der Zelle. Hey Kumpel, wo steckst du? Natürlich kein Laserschwert. WT? Ich muss einen Weg hier raus finden. Wo immer hier ist. Irgendwas da hinten. Ist das ein Stromkabel? Das war's. Die Luft ist kalt. Verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Die werden auf jeden Fall beobachtet. Die Luft ist weg. Oh man. Okay. I think I should have done the damage. Okay. 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 Soll ich jetzt nicht mehr so sein. Hm. What's that? I'm gonna spend a moment, so... Hm. Maybe. What's that? What's that? I don't know. I don't know. That's very cool stuff in here, isn't I? I don't know. es hat jetzt stamm so 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 warum hat nur der eine die 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 Wir haben uns. Komm herunter. Was ist das denn? Ich stehe, das heute nicht so ganz. Was ist das? Okay. Ich kann es auch nicht so einstecken. Was soll ich da drinnen machen? Wer immer mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Mein Lichtschwert ist weg. Das hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Oh mein Gott. Naja, ist jetzt nichts, ne? Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Irgendwie hab ich angenommen, dass das Kabel nicht reicht. Ich glaube ich werde beobachtet. Was ist mit ihnen geschehen? Abfallentsorgung. Abfallentsorgung. Ich denke, dass das ist. Das ist die andere Frage. WD? 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 WD1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ich hole dich da raus. Ich hole dich da raus. WD1? Ah, okay. Was ist das? Hm, was ich mit mir? Eh? Eh? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehm dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Versperrt. Was meinst du? Was meinst du? Vielleicht drücken die noch auf irgendein Terminal oder so. Ich hab das schon mal eingebildet. Ne, ich bin mal eingebildet. Okay, ich hab das jetzt nicht so. So. So, jetzt laufen die beiden zu den... Ah, aufzu. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Shit. Das ist eine Arena. Na gut. Und die Arena schauen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.